Okay, so, jetzt wie kommt die Formel zustande n mal n plus 1 halbe? Bei der Aufgabe 3 waren ja zu zählen die Erbsen, die so aufeinander gestapelt sind, in einer bestimmten Figur, in Dreiecksform. Und wir können uns das ja mal kurz an dem Beispiel klar machen, des Erbsenstapels Nummer 10. Also mit 10 Reihen. Wie viele Erbsen muss ich addieren? Wenn ich 10 Reihen habe bei Aufgabe 3, wie viele Erbsen muss ich addieren? Ich visualisiere es nochmal kurz. Bis wohin kann ich gehen, hier. Also wir haben eine Figur dieser Art. Und mal weiter, mal weiter. Und jetzt bis zur Reihe 10. Also in der Reihe 10 haben wir 10 Erbsen. Welche Zahlen muss ich addieren? 10 mal 11. Das ist die Lösung, genau. 10 mal 11 durch 2. Die Frage ist jetzt, wie kommt man da drauf? Ihr seid über die Formel gegangen, aber wie kommt man auf die Formel? Das ist die Formel. Durch Zeichnen. Okay, also wir haben jetzt hier gezeichnet. Wie könnte man sich das hier dran erklären? Okay, genau. Machen wir es mal in einem kleineren Dreieck. Und ich zeichne es gleich mal ein bisschen anders hin. Nehmen wir mal dieses hier. Wir wollen die vierte Zahl ermitteln. Okay? Also die Anzahl der Erbsen in diesem Stapel mit 4 Reihen. So, und ihr habt jetzt dasselbe Dreieck nochmal dran gezeichnet. Aber, ich mache jetzt dasselbe Dreieck nochmal dran, in einer anderen Farbe. So. Warum fällt mir es einfach jetzt die Anzahl der Erbsen zu zählen? Ja? Genau. Länge mal Breite oder Höhe mal Breite. Also die beiden Seitenlängen miteinander multiplizieren. Hier haben wir die Seitenlänge 4. Wir wollen ja den Erbsenstapel mit 4 Erbsen berechnen. Wie viele Erbsen haben wir in der Länge? Ja? 5. Eine mehr. Weil wenn man das Dreieck hier so dran kippt, hat man die Spitze hier unten an der Stelle. Ja? Also hier haben wir 4 plus 1. Okay? 4 mal 4 plus 1. Ist das unsere Lösung? Privatdetektiv? Nein. Kannst du das? Oder damit ergibt sich das Zweiteile nicht wieder auf? Genau. Wir haben jetzt ja das Ergebnis, das doppelt so groß ist wie das, was wir haben wollen, weil wir die Dreiecke zweimal haben. Also müssen wir noch durch 2 teilen. n mal n plus 1 halbe. Hat jemand eine rechnerische Begründung? Das ist jetzt eine Möglichkeit, die Formel zu begründen. Die sogenannte Gauss'sche Summenformel. Wir wollen die Zahlen von 1 bis n addieren. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus und so weiter bis plus n. Die Gauss'sche Summenformel hilft einem dabei, indem man rechnet n mal n plus 1 halbe. Man kann sich das vorstellen, dadurch, dass man eben das Dreieck noch mal dran legt und die Situation ausnutzt, dass man im Rechteck sehr einfach die Erbsen zählen kann. Gespenst des Kommunismus, genau. Sehr gut. Machen wir es mal mit einer etwas größeren Zahl. Gehen wir mal bis 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Jetzt laufe ich leider gerade über den Chat rüber, aber naja gut. Okay, was machst du jetzt? 1 plus 10 ergibt was? 11. 2 plus 9 ergibt auch 11. Warum ergibt denn das das Gleiche? Ja, hier habe ich n plus 1. Und warum ergibt 9 plus 2 das Gleiche? Weiß das jemand? Was mache ich denn, wenn ich von 1 plus 10 zu 2 plus 9 übergehe? Bei dem einen 1 dazu, bei dem anderen 1 weg. Genau. Also dementsprechend gibt 3 plus auch 8 was? Auch 11. 4 plus 7 ergibt 11. Und 5 plus 6 ergibt 11. Kommt immer 11 raus. Immer n plus 1. Wie oft habe ich jetzt n plus 1 rausbekommen? Also es kommt hier 10 plus 1 raus. Wie oft? Reisende? 5 mal. Warum 5 mal? Ja, es wiederholt sich. Aber warum kommt genau 5 raus? Hat jemand ein Argument dafür? Olaf? Wir basteln immer 2er Paare und bei 10 Zahlen, wenn ich da 2er Paare bastel, kommen 5 Paare raus. Also 10 halbe mal 10 plus 1. n mal n plus 1 halbe. Okay, das sind so zwei typische Begründungen für die gaussische Summenformel. Und ihr erinnert euch, wir hatten gesagt, wir wollen nicht einfach nur Formeln anwenden, sondern wir wollen verstehen, warum Formeln gelten. Also nicht einfach nur, wenn ich die Zahlen von 1 bis n addieren will, muss ich die gaussische Summenformel verwenden, aber keiner weiß warum. Sondern wir müssen es immer deutlich machen, warum gilt denn die Formel. Und ja, wir können es entweder visuell machen oder hier rechnerisch mit Symbolen oder Formeln. Und welchen Weg ihr wählt, haben wir vorhin schon gesagt, liegt bei euch. Je nachdem, vielleicht auf welche Idee ihr als erstes kommt. Man entscheidet sich ja nicht unbedingt, heute mache ich es mal rechnerisch und heute mache ich es mal zeichnerisch. Sondern man arbeitet so und so, beides gleichzeitig vielleicht und irgendwie findet man dann die Lösung. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Okay. .'